Hallo auch an alle aus der Aufnahme zu diesem spontanen Protoss-Stream im neuen Jahr, hier am 2.1., findet dieser Livestream statt. Wenn ich diese Folge auf YouTube bringe, weiß ich noch nicht, denn eigentlich ist ja alles bis Ende Januar durchgeplant. Wow, das ist mal eine neue Konsole hier. Achso, ich muss mal auf Ingame schalten. Die neue Warchest ist da. Das sieht schon ganz geil aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ja, heute gibt es nur Protoss-Action. Das finde ich zum Beispiel, was mich nervt. Hier, warte mal, erst mal, was ist der Terraner? Oh, was sind denn das hier für Ruggler? Dass das nicht konsistent gemacht ist, dass das hier jetzt weiterhin blau ist. Warum ist das nicht auch in dieser Farbe? Das sieht dann doch komisch aus. Aber das sieht schon geil aus mit diesem dunklen Rot. Das gefällt mir sehr gut. So. Ja, ich habe jetzt seit Weihnachten oder seit einer Woche vor Weihnachten nicht mehr StarCraft gespielt. Das heißt, ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen hier. Aber naja. Ja, war ein schöner Jahresanfangs, Forstman. So. Das ist unser Gegner. Ich gucke mal, ob er die Barracks hier gebaut hat. Das ist der Fall. Lässt mich auch nicht weiter nerven. Hat mich, glaube ich, gerade auch eingesperrt. Aber wichtig war zu sehen, ob er jetzt ein oder zwei Gas hat. Ne, hat mich nicht eingesperrt. Immerhin. So. Aber er war... Oh, shit, shit. Ich bin zu spät, glaube ich, um meine Exe gleich zu nehmen, weil er ist... Silber-Stv-Scouting gewesen. Interessant. Ah, da kommt er. Gut, ich dachte gerade, er wäre irgendwo auf dem Web unterwegs. So. Das ist schade, Katze. Ich hoffe, dieses Problem wirst du in den Griff bekommen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So, nicht, dass er mir mein Gas klaut. Ich habe den Anfang verpasst. Du bist 1 Minute 50. Äh, hast du verpasst. Das ist jetzt noch nicht so viel. Ich glaube, das kann man noch aufholen. Äh, Pile bauen. Wir brauchen mehr Mineralien. So. Boah, ich merke so, dass ich echt viel nachdenken muss, was ich gerade mache. Das ist nicht gut. Eigentlich sollte man bei Starcraft am Anfang nicht nachdenken müssen. Das kann nämlich dazu führen, dass man, äh, zu viele Fehler macht. So. Da ist schon Vipilei. Nummero eins. Hallo, Stalki. Okay, war nicht so geil, aber irgendwann hat er seinen verloren. Trotzdem, kein guter Start für uns. Aber man sieht das auch hier an meinen APM, wie man jetzt sieht. Guck mal, jetzt habe ich hier an meinen Stalker geklappt. Läuft hier noch nicht rund. Läuft absolut auch nicht rund. So, ich würde gerne Robo haben. Zack. Wo ist denn der Worker eigentlich denn noch? Ist er wieder nach Hause gefahren oder steht er hier noch irgendwo? Hier steht er auf jeden Fall nicht. Okay. So, Gateway um zwei. Würde ich ja generell nicht nachdenken müssen. Das ist sowieso, äh, eine Aussage, die ein Leben prägen kann. So. Ja, nachdenken ist ja sowieso gerade schwierig. Für mich muss ich ja die ganze Zeit mich auf meine Klausuren vorbereiten. Das heißt, eigentlich soll diese Zeit, in der ich jetzt hier lädere, äh, nicht fürs Nachdenken genutzt werden, sondern einfach den Kopf freizubekommen. Mal schauen, ob das so funktioniert. So. Also drei für den Widow-Mind-Drop, der gleich ansteht. Möglicherweise. Ich habe schon zwei gecute. So. Peilen, peilen. Komm, werdet fertig. Warum werden meine anderen Kits nicht fertig? So. Oh, shit. Aber, okay. Hätte schlimmer kommen können. Äh, wir müssen aber dringend einmal den Ops, den ich gerade wieder mal mit F2 zurückgeschickt habe, rüberschicken. So. Euch verstärken. Weil das ist eigentlich, insofern möchte ich, als dass wir wissen müssten, dass hier wirklich ein Mech hinterher gibt. So. Und das sieht danach aus. Dementsprechend holen wir uns erstmal zwei Pilots. Dann eine weitere Robo. Hallo. 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 Dafür brauchen wir mehr Pylonen. So. Pylonen müssen gleich da sein. Habe ich jetzt noch zwei Drohungen gebaut? Ja. Und dann pumpen wir die Models und nehmen eine dritte. Schaffen wir mal hier eine Engstelle. Sehr gut. Die haben wir auch. Erstes Match und dann direkt gegen Mech ist aber auch echt nicht so schön. Ich könnte meinen Funky Monk hätte das neue Jahr infiziert. So. Zack, zack. Ich glaube, du gehörst mir zu zwei, bitte. Gut. Zack, zack. Und Immortals pumpen. Immer mehr Immortals pumpen. Okay. So. Und so. Nur mal auf Nummer sicher zu gehen, aber vermutlich ist die Zeit jetzt eh vorbei. die er für seine Banshees hatte. Seitdem er kommt gleich nochmal mit Mars-Banshees, aber das glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht. So. Dann müssen wir uns hier eigentlich auch für Haliens absichern. So. Und noch eine Halluzination. Und da waren Haliens. Ähm. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Wir brauchen mehr Mineralien. Weiter Mars-Meg einfach nur. Okay. Dann könnten wir eigentlich gleich ein Air-Switch starten. Und wenn es so zum Beispiel ist meine Güte. Ich habe gerade das Fenster hier offen gehabt und da haben alle, äh, Plastikflaschen, die hier standen, äh, sich einmal eingeknickt und die entknicken sich jetzt wieder aus scheinbar. Oh nein, ich wollte das doch ohne mussten. So. 70 Worker haben wir eigentlich. Okay, ein bisschen wenig geht's leider, weil ich halt gerade eigentlich den Switch anleite. Okay. Nein, den sollten wir äh, wenigstens töten. Hat er leider nicht. Ich habe so wenig Gates leider einfach. Ein Mineralien-Cluster gibt es nichts mehr zu holen. Ja, so früher Switch. Ich hätte vorher ein paar Gates bauen müssen, dann wäre das eigentlich easy zu clearen gewesen, aber so konnte ich leider nichts worten. Hat er gutes Timing gehabt, muss man ihm lassen. Das weiß ich nicht, ob mir der so gefällt. Dabei, in Orange, könnte schon ganz geil aussehen, ne? Mal schauen. So. Ne, Katze, das ist vorbei. Schick einfach neue ein. Ich werde jetzt nicht nochmal manuell gucken, welche du da verkackt hast. Das ist zu viel Aufwand. Schick einfach neue ein, dann ist gut. Wobei, bis Ende Januar kommt ja sowieso erst mal nichts Neues. So. Prodos. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich finde das ja so geil mit dieser Konsole, die sieht echt gut aus. Fällt mir gut. Das ist ja fast eine Überlegung, ob man die nicht für die anderen Accounts auch noch braucht. Auch wenn das leider viel Geld kostet. Wobei, irgendwann wird man sie ja so erwerben können. Andererseits sollte ich vielleicht einfach mal von meinem Multi-Account mäßigen runtergehen. Vielleicht einfach generell auf den hier wechseln. Es ist ja sowieso möglich, dass es da so ein paar Sachen Ende Januar, Anfang Februar gibt. Aber da will ich noch nicht zu viel verraten, bevor da nicht alles feststeht. Wenn ich das mache, habe ich mich eingebaut. Scheiße. Ist nicht gut. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. So. Warum will er jetzt chatten? Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Das gefällt mir nicht. Er hat ja doch keins, oder? Das ist nur ein Fake, glaube ich. Ist auch zu spät dafür. Ja. Das ist zu spät dafür. Hätte ich auch beim ersten schon nicht reingehen sollen. Da habe ich ein bisschen meine gekostet, sie ist aber nicht so wild. Wir werden einfach greedy den extra nehmen. Weil er hat auch immerhin in seine Pilots investiert, auch wenn er sie gekancellt hat im Nachhinein. Wir brauchen mehr Mineralien. Wow. Problem daran, wir können nicht so viel gerade bauen. Er hat schon seine geilen Skins hier. Das kann ich nicht von mir behaupten. Oh, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte nicht meinen Nexus cancel. Damit kann ich das Spiel auch aufgeben. Ich wollte eine Probe cancel, die ich noch baue. Offensichtlich habe ich keine Probe gebaut. So. Ja, das war jetzt ärgerlich. Aber das kommt davon, wenn man länger nicht spielt. Deshalb würde ich gerne mich so ein bisschen, zumindest auch während der Klausurenphase, hier noch im Spiel halten, sozusagen. Dann kann es vielleicht der Ende Januar wieder richtig losgehen. So. Das stimmt. Zum Beispiel Mindstream. Kannst du an dem Logo erkennen, was aktiviert ist. Also man sollte auch über Mindstream Watches Points bekommen. Ich weiß zwar nicht genau, wie es funktioniert, aber ich habe es eingestellt, dass es geht. Von daher müsste es gehen. So. Musst halt mal öfter streamen. Ja, das geht ihm ja noch nicht. Wie gesagt, Klausurenphase. Die ist wichtiger. Wo ist denn hier eigentlich das OS-Fenster? Da sehe ich ja gar nicht, wie ich hier in der Kamera sitze. Ich muss weiter nach links eigentlich, ne? Ein Barcode-Zerk. Ich bin halt schon fertig mit den ersten 5 Skins. Da hast du mir was voraus. Aber es wird ja auch noch die zweite Phase kommen und die dritte. So. Aber natürlich noch nicht jetzt. Barcode-Zerk, wie gesagt. Ja. Februar wird an der Frost nach Meer laufen. Es gibt da schon konkrete Planungen, von denen ich allerdings noch nicht so viel sagen möchte. Bevor die ja noch nicht absolviert ist. Eins nach dem andern. Da ist mir ein Gate. Ist das ein Early Pool? Ist es? Dann machen wir mal eine Food Wall. So, das ist voll, ne? Ja. Sehr gut. Und wir brauchen mehr Mineralien. Blocken wir hier. Wir wollen gleich die Exe nehmen, logischerweise. Und ich hoffe, das eine Kennen reicht. Eigentlich müsste das der Fall sein. Dann... Achso, wir machen einen anderen Cybercore. So, eigentlich ist es nur die Frage, ob er gleich in Richtung... ähm... Ne? Banning, was es geht. Ich hätte früher Gas machen müssen eigentlich. Wir sollten ihn auf jeden Fall mal so ein bisschen wie ein Forstman mäßig bauen. So, ins Gas mit euch. Ins Gas mit euch. Und Chronobust. Und war da zu früh der Chronobust? Wann kommt mein Pile denn? Naja. Naja. Muss ja, ne? So, mit ihm können wir das gleich machen. Hätte ich früher Gas genommen, könnte ich doppelt Stargate hinterher spielen. Das wäre nicht ganz geil gewesen. Aber... Hab ich nicht. Und deshalb werden wir jetzt einen Plus 2er Adept Pressure machen. Bringt er Plus 2 bei Adepten überhaupt was? Ich weiß es um ehrlich zu sein nicht. Aber schaden kann es auch nicht. Äh... Deshalb müssen wir aber gleich erstmal Plus 1 nehmen. Logischerweise. Und wir müssen halt vor allen Dingen gucken, ob vorher hier in Banning was kommt. Ich sage... Dort... Die Adepten gleich, die sich immer wieder nach vorne machen werden. Mal hier gucken. Und dann erstmal aber noch defensiv bleiben, bis wir ein paar mehr haben. Denn... Er hat ja auch ein bisschen mal was committet. Dementsprechend... Ja. Das wird auch nicht zu viel Stress schieben vorher. Ja. Darf mich ruhig scouten. Hab ich jetzt nicht so ein Riesenproblem mit. So. Werden uns gleich eine Twilight holen. Ja. Ja, hier wird halt auch einer drauf sein. Ist aber egal. Gilt nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Die ersten... Uns fehlen Mineralien. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Oder sollen wir Blink machen? Ne, wir machen glaube ich Blink, nachdem wir hier die, äh... Dinger haben. Wir brauchen mehr Mineralien. Gilt nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Nachdem wir die ersten Adepten mit Plus Eins haben, werden wir uns dann mit Plus Zweier Blink-Stalkern. Und sich den Gegner bewegen. Gegen die möglicherweise Koblenen Roaches. Und wir brauchen Mineralien. Und wir brauchen Mineralien. Unser Denken gleicht sich. Fertig. Forschung abgeschlossen. Upgrade durchgeführt. So. Mockit ist durch. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Für The Landis. So. Er hat eine Leertag. Okay. Jetzt spontan nicht so. Geht um keinen Kontakt. Dafür brauchen wir mehr Pylonen. Ich will hier nicht beschaffen. So. Und so. Also er will auf Roaches gehen offensichtlich. Also er wird mit Stalkern mit Plus Zweier ganz gut aufgestellt. So. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht. Dafür reicht die Energie nicht. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Hast du jetzt eigentlich einen getötet? Ja. Ja. Gut. Und. Krono muss nur einmal da drauf. Dann Krono muss da drauf. Und weiter Stalker warpen ohne Ende. Uns fehlt Energie. Dafür reicht die Energie nicht. So. So. An sich problematisch ist halt, dass wir vorne nichts reinwarten können. Das ist sehr ärgerlich. Aber nicht so wild. Plus Zweier und Link ist eigentlich eine richtig gute Geschichte. Mal schauen, ob ich das bestätigen kann. Ich brauche nicht den Overseer angehalten, bitte. Ich brauche ein paar mehr Warpins hier. Zum wenig Geld. Viel Creep auf der Seite. Hallo. Alle angreifen bitte. Wir brauchen mehr Mineralien. Okay. So. Mir ist irgendwie aufgefallen, Moment. Was ist jetzt passiert? Achso, ich hab nur Watch SP bekommen. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass wenn ich gegen Protoss spiele, kommen da fast immer die Tees in meine Echse. Beliebt geworden oder was denn besonders. Ja, Goldliga halt. So. Hab ich schon lange, Junge. Studium. Studium. Sonst wäre Januar ja auch nicht so relevant. Also für Abi-Klausuren. Welche Abi-Klausuren soll man im Januar schreiben? So. Woran kennt man den Early Pool? Ich sehe dann den Pool bzw. Pool First. Es war keine Echse da. Ziemlich einfach. Und auch keine Anstalten der Echse zu nehmen. Was ist jetzt hier los? Warum gibt's jetzt keinen neuen Angriff? Er hat ja keine Drohne irgendwie runtergestickt. Dann fährst du halt rein und siehst du, wie weit der Pool ist. Und der Pool war unglaublich weit und keine Anstalten, dass er eine Echse nehmen wollte. Also erst ziemlich spät, als ich dann geblockt habe quasi. So. Ein, äh, russischer Terraner. War das der aus dem ersten Game? Ne, glaub ich nicht. Aber der hatte ja PR geschrieben, was, glaub ich, auf korillischen Tastaturen auf die Ede liegt. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ist aber auch egal. Wir können jetzt einfach mal anfangen gut zu spielen. Das war gerade eben auch noch nicht so gut, muss man sagen. Also er hat mit seinem 0-0 Roaches da sehr, sehr gut schaden, die meine plus zwei Blink-Sorger gemacht, bis ich dann vernünftig geblinkt habe. Aber naja. So. Die Tees können wir auch mal spielen irgendwann. Aber noch nicht jetzt. 800 APM, so muss das. Völlig sinnfrei. So. Jetzt gibt's wieder an die Sinnhaftigkeit und schon droppen meine APM. Wie immer halt. So. Und jetzt wieder APM spammen, wenn man nichts zu tun hat und in den Chat lesen. So. Zack. Wenn ich die baue, hasse ich mein Leben immer besonders. Warum? Dann machst du was falsch mit die Tees. Das sieht noch mal aus. Kein Gas. Alles okay. Wobei Gas inzwischen ja nicht mehr ganz so relevant ist wie früher, als man Mars Cyclone spielen konnte. Dann hätte man frühes Gas schon gut einordnen können. Ich glaube, so ein frühes Gas macht inzwischen keinen Sinn mehr. So. So. Nexus. Und dann wollen wir dringendst einen Serverkabern. Und gleich den Luca. Ich dachte, der wollte mal Gas klauen. Hat er nicht. Finde ich nett von ihm. Aber sonst hätte ich es blöd gefunden. So. Da ist die Scouting-Probe von ihrem Trip zurück. Heilen. Und dann müssen wir gleich den Reaper-Krone boosten. Können wir schon mal gefasst machen. Ja, den Reaper. Den Stalker natürlich. Den Anti-Reaper sozusagen. So. Du bleibst bitte oben. Das ist sonst zu gefährlich. Peiling ist durch. Diesmal also vernünftig den Peiling gebaut. Im Gegensatz zu sonst meistens. Uns fehlen Mineralien. So. Zweiten Stalker dann direkt hinterher. Gegeweite hat er einmal auf den Peiling geschossen. Ich bin hier. Dadurch ist mein Stalker genau on time fertig. Ich glaube, hier gibt es keine Möglichkeit vorbeizusneaken. Dementsprechend erst einmal so gehen und dann zwei Löcher runterziehen. Und wir bauen eine Robo. Krono-Boosten. So. Wir brauchen noch einen dritten Stalker erst und dann geht es in Richtung weiterer Gateways. Zwei Stück. Jo, genau. Die brauchen ein Tag Lab. Deshalb kannst du halt auch nur eins gleichzeitig bauen und dadurch ist ein Cyclone Arrest natürlich deutlich delayed. Dafür sind sie halt anders. Sie machen halt auch eine andere Art von Schaden. Also Cyclones sind schon nicht schlecht. Das ist auf gar keinen Fall. Aber das Timing von früher ist halt nicht mehr so gegeben. Ich bin hier. Und das ist normalerweise für mich ganz gut. So. Kommen wir los da rauf. Brauche ich jetzt noch einen Stalker? Ne, ich warte auf, wo auf geht. Ich habe halt gerade nichts in der Main. Sondern diesmal alle meine Stalker in die Natu geschickt. Deshalb müssen wir gleich drauf achten, dass wir das hier ändern. Und hier rein warpen. Komplett. Für den möglichen anstehenden Widomine Drop. Der kann natürlich auch hier reinkommen. Da müssen wir eben schnell reagieren mit unserer Einser Armee. Na komm, wer ist fertig? Da kommen Helions. Oh, das sind Helions Drops sogar. Das gefällt mir hier gar nicht. Stress. Das ist auch kein geiler Supply Block. Hallo. Können wir ihn jetzt mal tüten? Ja, war okay. Das war doch dann der vom ersten Mal, ne? Nein, du bitte mal nicht. Ich glaube, das war doch der vom ersten Mal. Dann bereiten wir uns auf die Banshee vor. Und werden diesmal dann... Ja, wir müssen trotzdem einmal scouten. Ansonsten ist das blöd. Oder wir werden einfach früh pushen. Ich glaube, wir werden früh pushen diesmal. So, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt auf Banshees geht, werden wir früh pushen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Dann ist der erste Tank. Aber er braucht aber eine Robo... Er baut Bio-Follow-Up. Jo. Das ist Bio-Follow-Up. Dann wird dieser Plan nicht in die Tat umgesetzt. Oh, nein. Nicht direkt in den Turret fliegen. Schlichte Idee. So. Dann würde ich doch sagen... Gehen wir doch auf Kolosse. Wo ist die... Ich habe doch hier extra einen Ops. Da ist er. Let's Beat Banshees, ne? Okay. Ich bin hier. Ich bin Schatten. Komm, wir brauchen noch 4-3. Okay. Und Kolosse 1. Kolosse 1. Komm, Kolosse 2. Kurze Pause hier noch. Damit wir gleich noch mal ein paar Adeptis warpen können. Hallo. Danke. Zack. Ehre den Deiter. So soll es geschehen. Wo werden wir klarer? So. Das ist aber ein schöner Schaden, den wir hier machen. Können wir bitte hier stehen bleiben? Ja, attackiert ein eigenes Depot. So muss das. Können wir den noch töten? Nein. Ich habe hier jetzt auch noch ein Ding uns gebaut. Ne. Das sollten wir noch ändern. Und dann werden wir gleich pushen. Oh, was machst du denn hier? Oh, das sind zwei. Das ist leider ein bisschen viel. Das ist einer zu viel. Zumal das auch nicht so geil ist für das, was wir hier spielen. Weil das leider halt gescoutet hat. Dementsprechend sollten wir uns beeilen mit unserem Push. Oh, wobei er kommt uns entgegen. Aber das könnte vielleicht zu einer interessanten Situation mit Map führen. Wo läuft der lang? Da runter. Wo kommt denn der Viking da noch her? Der neue Viking hat mich getötet. Warum war der denn noch da? Klingt ja halt auch ganz geil, ne? Das war einfach eine scheiß Position zum Engagen. Ich hätte da nicht engagen dürfen. Und da ich jetzt langsam in der Main leer bin und noch keine dritte genommen habe, sieht das nicht gut aus für mich. Wollen wir wirklich nichts haben hier? Das Einzige, was wir halt haben, ist, dass wir am Anfang ein paar Worker gekillt haben. Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver. Oh, du bist nicht rausgekommen. Das ist ja gar nicht. Vor allen Dingen, warum nicht? Weil das Depot war doch unten. Aber nicht, als ich geschädet habe. Okay. Das ist schlecht. Okay, letzte Chance. Verzweifelte Maßnahmen müssen ergriffen werden. Das ist auch eine scheiß Position für mich hier. Das sind alles gute Positions für Vikings. Das missfällt mir massiv. Das ist nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Ewig wäre. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen Mineralien. So. Hallo, schieß doch. Ich lebe weiter. Wir brauchen mehr Mineralien. Haben wir noch irgendwo einen? Ja. Haben wir noch irgendwo einen? Disruptor! Okay, es kam keine mehr. Ah, das ist ärgerlich. Das hätte ich nicht verlieren dürfen eigentlich. Das war nur, weil ich blöd engaged habe. Ich hätte ihn nicht mit Map einfach nehmen sollen. Weil wir waren eigentlich da deutlich vorne. Zumal wir die besseren Einheiten hatten als er. Ärgerlich. Aber naja. So. Sind Strategiespiele eigentlich unterdrückend? Naja, du steuerst ja keine echten Einheiten. Weil sonst würdest du Krieg spielen. Von daher ist es ziemlich egal. Weil es einfach nur Strategiespiele sind. Wenn jetzt irgendwo echte Terraner sitzen würden und zerstorben würden. Dann würde mir das zu denken geben. Aber ansonsten. So. So, wenn ich mir anschaue, wie ruhig Nergo ist, merke ich, wie hektisch ich immer bin. Naja, ruhig würde ich das jetzt aber auch nicht nennen, wie ich hier spiele. Ja. So. Und wenn, dann liegt das eher daran, dass mein Gehirn noch nicht auf dem besten, beziehungsweise eigentlich mein Gehirn nicht mehr, sondern eher meine Hände nicht auf dem Stand sind, wie sie sein sollten. So. Merkt man ja auch daran, dass ich hier einen Diamond ziemlich auf den Sack bekomme. Und das ist nicht so gut, weil eigentlich gehöre ich natürlich in die Master League. Von meinem Anspruch her und auch von dem, was die Historie gezeigt hat. So. Aber naja, mal schauen. Ich soll erst wieder reinkommen. Terraner. So. Oh, schön. Verhindern wir mal das Follow-up mittels Cyclones. Und gehen allerdings selber hier natürlich auch frühe drei Gates. Problematisch ist halt, dass wir mit Zellitz nicht viel anfangen können. Wir brauchen mehr Mineralien. Oh, muss ich eine Echse werden? Eigentlich habe ich zuerst angegriffen. Dementsprechend müsste ich den Fight gewinnen. Ups. Das wollte ich so nicht. Nicht wählen lassen. Ja, er hat gecancelt. Oh shit. Ich habe gar kein Antivit. Ich habe gar kein Antivit. Oh, ihr nicht bitte. Wir müssen viel. Hallo. Adept. Könntest du die Freundlichkeit besitzen und mal attackieren? Nein, das gibt es doch nicht. Was für dumme Adepten habe ich denn? Ich soll den Zallrock nehmen. Hallo, der Adept läuft nochmal andersrum um den Nexus. Ist klar. Mein Gott. Was ist das hier? Warum? Jetzt habe ich die auf sechs gelegt. Irgendwas läuft hier grundlegend falsch. Hä? Irgendwas ist Hotkey-Technisch hier völlig falsch zwischendurch gewesen. Problem ist, ich habe schon wieder nichts hier gebaut. Kannst du jetzt mal hier bleiben, okay? Der ist auch noch nicht auf dem Hotkey. Was ist denn hier los mit den Hotkeys? Irgendwas stimmt hier grundlegend überhaupt nicht. Was ist denn hier los mit den Hotkeys? Geht. Vorwärts. Tötet jeden, der sich erst gewusst hat. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Was wünscht ihr Bienen mit die Schlacht? So soll es geschehen. Kein Kontakt. Unsere Basis wird in die Zange genommen. In die Schlacht. So soll es geschehen. Niemand kann es noch. Wir dienen gestoßen. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Oh, oh mein. Interessant. Was muss ich das eigentlich nicht machen? Nein, hallo. Dafür fehlt uns Bespiegel. Sieht aus, als sei die Vorschung abgeschlossen. Ich habe das Gas da nicht genommen. Oder wie oder was. Vielen Dank für den Follow übrigens. Wir haben kein Gas mehr. Hä? Hä? Das läuft überhaupt nicht hier. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Dimensionalstrenge ab. Problem ist, wo sind jetzt seine ganzen Ruhe doch meins? Das ist jetzt die spannende Frage. Komm, ich will doch nur so ein Ding bauen. Nein, wir haben kein Gas mehr. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Okay, er war Supplywork, glücklicherweise. So. Zack. Es dauert aber, bis man hier die EP kriegt. Aber das liegt daran, dass ich sonst immer random spiele. Dann bekommt man immer den ersten Sieg des Jahresbonus. So. Ich habe heute schon gelernt, keine Angst. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen wieder was anderes machen. Im Kopf frei bekommen. Und da rausgehen aktuell keine Alternative ist, weil es schon wieder dunkel ist, habe ich gedacht, es will wieder ein bisschen missus zwei. So. Ja, frohes neues Jahr auch an dich, Optiker. Die anderen habe ich ja schon gesagt. Falls ich euch noch nicht erwischt habe, dann wiederhole ich das an dieser Stelle gerne noch mal. Frohes neues Jahr. GG. Verdient. So. Naja, ansonsten lief es ja bis heute hier noch nicht so ganz so geil. Menzel, vielen Dank für den Follow. Was haltet ihr denn von der tollen Neugestaltung hier der Seite unter dem Twitch-Kanal? Es gab keine intelligenten Adepten in diesem Spiel. Wobei das stimmt nicht. Da tue ich denen Unrecht. Sie haben danach eigentlich gute Arbeit an der Naturalist-Legners gemacht. Das muss man ihnen zugute halten. So. Ja, das meine ich damit, Katze. Deshalb habe ich normalerweise dann schneller EP bekommen, wenn ich das immer nur beim 2 gegen 2 mit Zyrok gemacht habe. So. Aber ist ja nicht so wild. Heute gibt es nur Photos. Das Geilste ist sowieso hier diese Konsole. Ich bin völlig hin und weg von der. Muss ich echt sagen. Gefällt mir gut. So. Naja. Diese Map finde ich dagegen nicht so geil. Aber was soll es? Das muss ich auch mal lernen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Und mehr Mineralien. Zack. Ja, nachdem ich bei meinen Eltern auch mal keine Lust hatte zu lernen, dachte ich, was machst du denn jetzt? Streamen konnte ich da nicht, weil ich den PC logischerweise nicht da hatte. Über Weihnachten. Deshalb dachte ich, machst du das mal neu. Zumal mich aus irgendeinem Panel direkt ein grammatikalischer Fehler anlächelte, der einfach da war, weil ich irgendwann mal was geändert hatte und dadurch den Satz umgestellt hatte. Und dann ergab das alles in gar keinen Sinn. Das ergibt ja auch gar nicht so viel Sinn. Ah, doch. Okay. Das heißt aber ja, Mars Adept und Go. Go, go, Mars Adepty. Würde ich mal sagen. Dazu bräuchten wir mal ein zweites Gate. Schön, wie wir parallel umgekehrt sind. Geht weg. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Unsere Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht weg. Ja, Mars Adept und Gebe ihm. So, mein Motto. Na, komm. Warum werden die Tal-Darim-Unit-Skins nicht genutzt? Was sind die Tal-Darim-Unit-Skins? Das werden alle Skins aus der letzten Watchest, glaube ich, einfach used. Wenn man so schön Neudeutsch sagt. Das ist ganz schrecklicher Englisch und Deutsch beim Buch. Weil ich die alle nacheinander aktiviert hatte, als die Watchest lief. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Mineralien. Geht weg. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Was wird denn das hier? Das gefällt mir jetzt nicht so. Wir brauchen Ehre, den Daila. Was wünscht ihr? Chor Salat. Dajur wird an uns. Dafür reiten. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. In die Schlacht. Wo bleibt denn der Adept? Da. Adept, was machst du hier? Hör auf damit. Das ist ja auch nicht. Ich bin hier. Okay. Unser Denken gleicht sich. So soll es geschehen. Vorwärts. Nein, das soll ja nicht rausfinden. Das ist hier eine Robo. Hallo, warum hast du denn den nicht angeschossen? Da vielleicht auch ein bisschen wenig Pilots, die das Ganze dort reinforcen. Ich bin hier in der Schatten. Ich bin hier in der Schatten. Okay, aber die Twilight finde ich sehr nice, weil das heißt für mich, er hat aktuell noch keine. Da hatte ich gerade ein bisschen Angst vor Früh in die Tees. Muss ich ehrlich zugeben. So, vermutlich hat er hier allerdings, äh, oh, nicht alle runterlaufen, bitte. Oh, das sollte eben verliegen werden. Das ist keine Sentry. Das überrascht mich ein bisschen. Nein, zwei sollen so. Okay, dann ignoriert völlig meine Commands, wie immer. Ja, und macht einfach irgendwas. So, sieht aber doch sehr, sehr nice aus. Eigentlich dürfte er keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie noch was zu machen. Beziehung nur Gold Base, ja, wann wir da die haben. Aber trotzdem hat er viel verloren bisher. Man morbt in mir an. Oh shit, dann lassen wir das. Er hätte hier ein Observer. Wo ist denn meiner? Was wünscht ihr? Dafür brauchen wir mehr Pylonen. Ja, klar. Uns fehlen Mineralien. Die Templer rücken vor. Niemand kann uns aufhalten. Ehre den Dailan. So, einmal gucken, ob er hier die Exe hat. Das ist nicht der Fall. Er hat sich der Charge. Interessant. Das ist doch interessant. Wir brauchen mehr Mineralien. Der Mineralienklasse. So. Erneut dienen. Noch mehr sogar gehen. Uns fehlen Mineralien. Geld recht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja. Hab ich verstanden. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. Jetzt checken, was er sonst so macht. Er wird jetzt vermutlich auf Marselitz erstmal gehen. Weil er durch seine Gold natürlich relativ viel Income in Richtung Salids hat. Also Mineralien. Also wir werden ganz dringend auch mal unseren Salid Charge Krone wussten. Das sind keine riesen Armeen. Also ich lasse ihn jetzt von der Gold meinen. Ist okay. Kann nicht mit leben. Das ist jetzt ganz geil. Wir haben Templars Archive. Die Tees bringen nicht viel. Weil er hat ja Detection. Das hat er uns ja schon bewiesen zwischendurch. Daher mein Verzicht an dieser Stelle darauf. Und dann werden wir gleich pushen mit den ersten A-Camps. Ansonsten müssen wir nämlich auch eine Forge nehmen. Das sollten wir auch gleich trotzdem tun als Follow-up. So. Auch schon abgeschlossen. War das schon der Hit Charge? Ja. Ich habe auch sonst glaube ich nichts erforscht. So. Wir müssen dann auf jeden Fall aufpassen nicht gesandwiched zu werden. So. Ein paar mehr Gates wären vielleicht auch nicht schlecht. Fällt mir gerade mal auf. Okay auf die müssen wir noch warten. Aber wir können gleich unglaublich viele Arkins holen. Wenn ihr euch mal gerade mein Gas anschaut. Und das ist das was wir benötigen. Wohin nehmen wir nochmal eben zwei weitere Gates noch. Vielleicht brauchen wir gleich noch mehr. Wobei unsere Main eigentlich ja schon leer ist. So. Aber viel länger sollten wir auch dann wiederum nicht warten. Weil sonst geben wir ihm genug Möglichkeiten. Das ist der geile High Templar Skin. Beziehungsweise der geile Arkins Skin. So. Ja wie gesagt. Wir brauchen jetzt noch ein paar Arkins mehr. Dazu müssen gleich mal eben unsere Gates wieder parat stehen. Und dann machen wir uns einmal auf. Über diesen Weg dahin. Eben. Ohne Energiefeld funktioniert das nicht. So ist das nun mal mit Hightech. Ohne zusätzliche Pylote. Ja komm. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Die Verschälzung ist abgeschlossen. Eine Frage hat er jetzt zum Beispiel das Raptor. Er hat auf jeden Fall die Tees dabei. Das heißt wir müssen mit unseren Observern sehr stark aufpassen. Wir brauchen mehr Mineralien. Und vor allen Dingen sollte er uns auch schleunigst darauf konzentrieren. Defensive Cannons zu bauen. Oh was macht ihr denn hier eigentlich alle schon? Sollt ihr da schon hoch? Und ein bisschen das Ganze langsamer angehen lassen. Vielen Dank. Das können wir nur in einem Energiefeld platzieren. So. Was musst du denn hier? Er hat 2-1-1, aber der Early Loss von den Adepten hat ihn dann dazu gebracht, das Spiel letztlich dann doch zu verlieren. Sehr schön. Wir haben jetzt hier einen ersten Skin, wenn ich den endlich mal auswählen darf. Dankeschön. So. So. Und so. Weiter geht's. Spürt ihr den Anno 1800-Hype schon? Naja. Nicht so richtig, muss ich sagen. Wobei ich ja wie gesagt die Beta angespielt habe. Habe ich das schon mal gesagt? Wenn nicht, kommt die Folge noch, wo ich das sage. War nett. Aber dann war auch das Wochenende schon wieder vorbei und ich habe wirklich nicht viel davon gespielt, muss ich sagen. So. What? Aoe. Ja, mal gucken. Vielleicht würde ich das auch mal irgendwann machen, muss ich sagen. Weiß ich aber noch nicht. In der Zukunft nicht, weil Aoe 4 gibt es ja noch gar nicht. Eine Stunde ist das bisher erstes Extreme. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Was liegt daran, dass ich hier konzentriert Produs Leder mache und sehr schlecht dabei bin. So. Bin im Turnier im Finale. Dann wünsche ich dir viel Glück. Wahrscheinlich hörst du das dann jetzt allerdings nicht, weil du gerade spielst. Dann würde ich sagen, rückwirkend ich habe, wenn du hast gewonnen. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Oh, na da. Ich würde jetzt, glaube ich, mal das machen oder das versuchen, was Rotterdam heute auf dem Stream gemacht hat. Quasi Tempest Rush. Dazu hat er eine Echse nach Forge Fast Expand gespielt. Ja, sowas kann man auch noch machen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. Ich glaube, sogar Forge... Hat er sogar Forge Gate-Echse gespielt? Ich glaube, er hat sogar Forge Gate-Echse gespielt. Bin mir aber nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Aber ist auch egal. Oh, ich muss... Ah, ich habe ein Skate, glaube ich, falsch gebaut. Weil eigentlich soll hier gefullwalled werden. Ja, müsste aber gehen mit dem Cybercrawl. So, und dann nehmen wir jetzt quasi unsere Echse. Also, ihn hat er, glaube ich, an der dritten versteckt. An der eigenen. So. Nee. Deshalb rusht man ja, weil es eben nicht so lange dauern soll. Cybercrawl, ist das so dicht? Ja. Also, wie gesagt, Ziel ist eine Full Wall. Und dann jetzt als Follow-up Cannon hierhin. Das Problem ist natürlich, man wird gescoutet. Deshalb spielt man den ersten Phoenix aus einem Stargate eigentlich, wenn einem das interessiert. Man kann aber auch einfach drauf scheißen. Ich weiß noch nicht, was wir genau machen werden. Das entwickelt sich noch. Ich habe auch nicht genau die Wildorder im Kopf, die er da gespielt hat. So. Und eigentlich skippst du jetzt Warp Gate. Ein bisschen spät mein Gas. Ich habe mich in der Main genommen. Und baust dann direkt gleich, dass erstes Stargate. Das tun wir an dieser Stelle auch. Wir werden hier allerdings nur eins bauen, weil der wird das jetzt ja direkt scouten. So. So. Nicht sollst du hier dran und du hier hin. So. Wichtig ist das Gas. Und dafür brauchen wir mehr Gas. Alles andere ist erstmal irrelevant, weil die Kosten da eh nicht haben werden. So. Dann gönnen wir uns gleich den ersten Phoenix. Aber die sind gar nicht unser Hauptziel, die Phoenixes. Wir werden auch gleich einen Dingsi bauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Einen Oracle, um Link All-In abwehren zu können. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Das ist noch nicht ideal offensichtlich. Ich habe seine Bildorder noch nicht richtig adaptiert hier. Wie man eindeutig feststellen kann. Wir brauchen mehr Mineralien. Hier. Ich brauche jetzt was für einen grünen All-In. Das heißt Oracle Abwehren. So. Dann kann man eigentlich hier sogar sowas machen, weil eigentlich sollten Minerals nicht das Hauptproblem werden. So. Ja, du sollst gar nicht rausfliegen, sondern jetzt anfangen zu safen. Mehr Mineralien. Lasst uns beginnen. Ich verstehe. Oh. Rufend Wunder. Auf dem Schwingen der Gerechtigkeit. Ich durchstreite die Galaxis. Verstanden. So. Uns fehlen Mineralien. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Upgrade durchgeführt. Keine Supply-Blocks an dieser Stelle. So. Nutzen diese Verzögerung, um weitere Tempests auszubauen. Für die Ehre. Weiteres da jetzt meine ich natürlich. So. So, hier werden wir uns gleich natürlich mit Cannons absichern. So. Und dann werden gleich die ersten Tempests drüberfliegen. So. Was töte ich jetzt? Das hier, glaube ich. Und nach vorne mit euch. So, dass wir zu Mineral Shorts sind, liegen natürlich daran, dass wir gerade den Nexus gebaut haben. Das sollte sich aber gleich ändern. So. 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 Oh, man darf da eigentlich nicht so blöd stehen. Kommt hier echt nicht durch? Das ist jetzt nicht so geil. Oh. Warum ist denn hier jetzt nicht offen? Das ist ja wohl das Schlimmste, was geht. Dass hier nicht offen ist. Wir können ja nicht bauen. Fällt mir gerade ein. Ich weiß, dass wir übrigens da unten angegriffen werden. Das ist mir durchaus bewusst. Was macht ihr hier? Deshalb ist es halt eigentlich gut, wenn man sich da doch die Forge irgendwie behält. Aber so war das auch nicht geplant von mir. So. 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 basis wird in die zeige genommen wer war unsere basis wird in die zeige genommen hat board roaches das ist nicht ganz so geil weil meine fortschritt nicht wieder steht ist markieren online das licht so jetzt können wir da dingens bauen endlich Wir brauchen mehr Mineralien. Prismakern online. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. So. Gut. Nicht so ideal. Trotzdem sind wir eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Denn seine Corruptor werden ihn hier nicht retten. Plus 3 hätte natürlich schon lange eigentlich da sein sollen. So. Und eigentlich bräuchten wir halt auch schon viel länger eine neue Echse. Also es ist noch nicht ideal, aber man sieht glaube ich schon, was für ein Potenzial dieser Bild hat. So. Wir splitten uns mal gerade tatsächlich ein bisschen auf. So. Eigentlich muss man hier viel aggressiver mit sein, denn so gibt man ihm ja die Gelegenheit, äh, vor allem auch sein Creep zu verbreiten. Und das ist das große Problem. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht recht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen nicht und bringen jetzt noch Carrier was? Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Es ist vorherbestimmt. Der Weg ist klar. Geht recht. So, da sind seine ersten Hype. Das. Jetzt geht an. Natürlich gerade bevor die Cannons fertig wurden. Ja, gar nicht. So, jetzt pushen wir rüber. Mothership habe ich nie gebaut, ne? Doch. Wo ist es denn? Da. Das fehlt nämlich leider noch. So. So. Jetzt ist endlich der Mothership da. Ja. Wird halt schon deutlich eher da sein sollen eigentlich. Jetzt haben wir glaube ich keine Chance mehr. Jetzt ist sein, äh, Dickens Count zu groß im Gegensatz zu meinem, äh, Tempest Count. Das werden wir nicht mehr schaffen. Können natürlich jetzt einfach nochmal einen kompletten Switch spielen. Ich glaube, das probieren wir einfach mal. Das Problem ist, dass wir halt keine Upgrades für, äh, nicht eher haben. Ohne Upgrades ist komplett, das überrascht mich. Dass er komplett ohne Upgrades, äh, das machen kann. Ja, ja, das war verloren, äh, als ich nicht zu meiner dritten kam. Denn, äh, so konnte ich hier nicht weiter meinen. Äh, Problem war echt, dass ich, äh, nicht damit geredet habe, dass ich mich da so eingebaut habe, wie ich es denn getan habe. Es sollte eine Fullwall sein, aber es sollte so sein, dass ein Gebäude weggeht. Wir werden das beim nächsten Mal, äh, PVZ nochmal spielen. So. Und, äh, die Gelegenheit bietet sich uns direkt wieder. Müssen wir mal schauen. Wie wir das hinkriegen. Ob wir das hinkriegen. Das Problem war halt auch, dadurch konnte ich halt mich überhaupt nicht überwägen und, äh, den Zirk einschränken. Und genau das ist ja das, was du willst. Du willst ja mit deinen Tempests das erreichen, den Gegner zu Hause zu halten, äh, nicht alles ächsen zu können. Einfach weil du halt, dass ich das mal sagen würde, äh, hätte ich nie gedacht, aber weil du mit den Tempests eine ziemlich hohe Mobilität hast, äh, nur dass jemand sagen würdest vor dem großen letzten Patch, äh, würde er dich auch nur auslachen. Aber gut, ähm, du musst halt versuchen, ihn da wirklich einzuschränken. Und, äh, wenn du das nicht schaffst, dann wirst du natürlich damit zum Scheitern verurteilt. Aber ich glaube, da ist eigentlich, äh, ordentlich was drin. Wir werden das jetzt mal ein bisschen anders spielen. Wir werden, äh, die Forge, äh, spielen, aber dann direkt den Nexus. Und das Gateway, äh, erst später bauen. Und diesmal auf jeden Fall ein bisschen früher das Gas nehmen. Es sei denn natürlich wie gern geördipult. Das ist... ...der Fall. Okay, aber dann können wir leben. Damit können wir leben. Eigentlich ist das sogar das Beste, äh, was uns hier passieren kann. Problem ist, dass wir nicht früh genug den Cyber-Core haben, um damit zuzumachen. Hm, das ist ärgerlich. Müssen wir mit einem Gate zumachen. Aber gut, das nehmen wir in Kauf. Ich gucke mal, ob er Gas genommen hat. Er nimmt jetzt ein Gas. Wir haben auf jeden Fall ein Follow-up vor. Also, ein Pilot sollten wir auch wieder machen. Wobei wir eh, glaube ich, gerade nicht so viel in der Richtung brauchen. So, vor dem Drop sind wir noch ziemlich lange sicher. Denn dazu müsst ihr erstmal die 100 Gas sammeln. Und dann den leer andrücken. Also, das, äh, dauert noch eine ganze Weile. Er kann natürlich ein Banning-Mast versuchen. Das Problem ist, dass wir jetzt keine Prop mehr auf der Map haben, um das rauszufinden. Oh, ein bisschen schade. So. Gas wird genommen. Ist auch schon wieder ein bisschen spät, ne? Ich musste das Gas früher nehmen. Eindeutig. So, eigentlich ist die Frage, ob er jetzt ein Banning-Mast probiert. Dann setze ich mal noch ein zweites Dings. Weil offensichtlich der Waypoint immer noch da ist. Target 1. So. Leider habe ich hier keinen Peilen oben. Ein bisschen ärgerlich, weil ich so meine zwei Star-Gestack nebeneinander bauen muss. Naja. Dann machen wir das halt. Und dann gehen wir uns tatsächlich zunächst den Phoenix, um den zu vertreiben. Und danach für das Oracle, äh, gehen wir aufs Oracle. Um hier einen Banning-Mast zu halten, beispielsweise. So. Wurde ich mal hier dringend peilen. Wenn wir benötigen, gleich mal ein Fleet-Beacon. Denen. Diese Lingis. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Anan Porgal. Ein Neu-Vo. Oh, war die E-Vo. Muss eigentlich nur ein zweiter sein. So. Für die Ehre. So. Plus eins. Die Himmel warten. Wo ist das denn hier? Ich füge mich. Noch relativ viele Länge. Aber das ist uns ja eigentlich egal. Wir bleiben erst bei dreien, weil wir haben diese solle Gehe mehr. Gerade hier. Okay, hat hier schon eine Exel, also stark auf Expansion gegangen. Aber damit können wir leben. So. Was uns halt fehlt, ist eine vernünftige Möglichkeit, die dritte zu nehmen, leider. Wir haben gleich die ersten zwei Tempests. Das nutzen wir, um hier rauszugehen. Ich habe mich ja schon wieder so scheiße eingebaut, ne? Wo muss ich denn Cybercore echt rausnehmen? Kommt man da durch? Wo habe ich mich hier richtig wieder so... Och Gott! Hier geht es auch nicht durch. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauten können. Ich bin gar nicht weit. Wir haben kein Gas mehr. Wir sind in Ruhe. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Dafür fehlt uns Vespin-Gas. Ein Ohne. Kein Stopp. Lasst uns beginnen. Extra-Pulli. Wo bleibt denn jetzt die Probe? Ich habe doch hier... Ach, die ist nicht rausgefahren. Nicht gut. So. Sonst hätten wir jetzt hier schon 80 Cannons gebaut mit unseren Minerals. Was geht hier nicht? Bei den Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbohrten können. Ihr hült. Die medische Art und Klappe. Nein. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbohrten können. Das Zeitfenster ist klein. Shit, da ist ja auch offen. Warum ist der da auch offen? Die Atmos auf unsere Sonden abgesehen. Unser Gegner versucht, eine Pylone ein Mineraliencluster ist erschöpft. Mann, wenn die andere Stelle nicht offen gewesen wäre, ne? Ein Pilot wird angegriffen. Ach, also da muss ich dran arbeiten, weil sonst ist es ein echt saugeiler Bild. Äh. Wenn wir da von durch das Spilling Placement hinbekommen, aber das da oben dann nochmal offen war, ne? Ach, schrecklich. Weil du eine unglaubliche Mobilität hast. Nico, ich spiele Protoss. Da wird es schwer, einen Nydos Rush zu spielen. Ich muss mal kurz die Heizung wieder ein bisschen runterdrehen. Terraner. Ach, schade, kann ich das hier gar nicht nochmal probieren, weil ich möchte das jetzt so lang probieren, bis ich das vernünftig hinkriege. Das war vom Early Game schon deutlich besser als davor, aber es hat mich schon wieder, äh... So, ähm, was soll ich gerade sagen? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall mich hier noch einstellen auf, äh, Doomlord Disturb. So. Good luck, Herr Faden. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ein bisschen spät losgefahren, ne? Ein bisschen blöd, weil ich so natürlich sehe, ob er proxied, wobei es glücklicherweise, äh, aus der Mode gekommen ist. So. Weil ich nicht einfach, äh, das standardmäßig gespielt habe, was er gerne hätte, damit er einfach nur Hydra spawnen muss und das Spiel gewinnt. Das hat ihn geärgert. Vielleicht auch, weil er am Anfang schon sein Early Pool nicht, äh, verwandeln konnte, deshalb. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Typ, äh, hat Ge-Early Pool, ja? Sich dann darüber beschweren, dass, äh, Leute angeblich das Spiel zerstören. Ist schon eine Reistigkeit. Aber das ist mir eigentlich ziemlich egal. Was interessiert mich, was so ein random Typ, der auch noch ein Barcode ist, äh, die mal ein Protoss-Skills hält. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich weiß übrigens, dass hier ein BBF ist, keine Angst. Aber das tut ja gerade nichts Böses. Ich glaube nicht, dass es deine Factory baut. Überprüfen das mal kurz. Nein, alles gut. Hat eigentlich vorhin den Pile gebraucht, ich weiß, aber ich hab, äh, mein Worker ist zu spät zurückgekommen, weil ich zu spät gescoutet hab. Das hab ich zu spät beachtet und deshalb musste ich auf jeden Fall den Pile dann darüber eben, äh, bauen. Sonst wäre er nämlich definitiv zu spät gewesen für den Stalker, den wir an dieser Stelle konnten. So. Oh. Ja, war früh. Oder war ich zu spät? Vermutlich war ich eher so spät. Oh, nicht da stehen bleiben. Okay. Dann tippen wir eben ihn. Wir sind eins mit dem Schatten. So. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Dann sind wir so. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So, jetzt wollen wir dringend mal vorne den Pilen. Den ich bisher ja gleich nicht hatte. Hier ist ein Fehler, oder? Warum zeigt er den, äh, als gleiches Warpgate-Feld an? Das scheint ein Fehler mit dem Skin von dem Ding zu sein, oder? Weil das ist ja definitiv ein schneller. Oder liegt das dann, dass ich Warpgate noch nicht erforscht habe? Ist das dann so? Vielleicht liegt es daran. Ja, wird wahrscheinlich sogar wirklich daran liegen. Okay, dann nehme ich das zurück. Aber erst mal das Spielflame. Könnte Zahrop sein. So. Fertig. Zwei hier. Dann mit ihm. So. Was ist da rüber? Okay. Ach so. Ihr seid eins. Nicht nur mit den Schatten, sondern generell. Ein Immortal ein. Bis. Dankeschön. So. Okay, da kommt der Drop. Ist jetzt auf jeden Fall auf den Bio gegangen. Da der Drop von der Seite kommt, können wir mal eben Nexus nehmen. Und vor allem mal mit den Lohnen. Ich bin hier. Gefecht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Erneut dienen. Und jetzt mal auch kurz hier, auch wenn du formell zu 1 gehörst. Ohne zusätzlich. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin Schatten. Ich bin hier mal kurz ein bisschen auf. Das ist ärgerlich. Das ist mal ein Raven. Er hat ein Raven gebaut. Okay. Und das jetzt genau. Soll mal recht sein. Hat er halt einen Raven gebaut. So. Er fährt nun von meiner Exe. Das heißt, wir stellen eins mal ein bisschen mehr hier hin. Um da ein bisschen größere Fläche abdecken zu können. Gehen selber auf eine Twilight Council. Hatte ich nicht Gates gebaut? Ja. Hatte ich doch. So. Dann müssen wir langsam mal aufhören, Stalker zu bauen. Weil die helfen uns gleich eher wenig. Zunehmendem Marauder-Zahl. Und vor allen Dingen auch einfach schon dadurch allein, dass Stim gleich wegfällt. Also da ist. Nicht wegfällt. So. Gefällt das nicht, dass ich hier keine vernünftigen Scouts gerade habe. Aber so wirklich ändern kann ich es leider auch nicht. Transition. Ähm. Ähm. So. Ähm. Das ist die beste Platzierung ever. Ich mach mal hier auf jeden Fall mit Scout-Pilern. Drei rein. Drei rein. Ich spiele halt echt blind gerade. Das ist nicht gut. Und so richtig viele Möglichkeiten habe ich auch nicht. Ja. Was zum machen. Da brauchen wir mehr Pylone. Äh. Das sollte der. Ich verstehe. Oh. Wie viele sind denn da noch? Ich bin hier in die Schatten. Sieht aus, als sei die Forschung abgeschlossen. Oh. Mein Gott. Wann sind denn endlich mal meine Einheiten jetzt vernünftig da? Gibt es doch nicht. Okay. Lass jetzt endlich mal die Kennen durch. Bitte. Mein Leben, Fragen. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. Warum seid ihr nicht alle eins? Zwei. Steuerung eins. Zwei. Zwei. Erleuchtet. Mein Leben für Ajo. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauten können. Komm schon ab. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Der Mineralien geht. Wie viel habe ich? 64. Ist eigentlich nicht so schlecht. Abgesehen. Da ist eine. Der Gemeinde drin. Bei dem Mineralien, das da gibt es nicht mehr zu holen. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauten können. Ein Mineraliencluster ist der Chef. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Jetzt tötet das endlich mal. Hallo. Es sieht aus, als sei die Forschung abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauten können. Ohne zusätzliche Pylonen wird das nichts. Mein Leben für Ajo. Wer steht hier jetzt rum? Das ist wichtig. Warum machen die denn nichts? Könntest du den bitte mal töten? Mein Gott. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Upgrade durch. Mein Leben für Ajo. Entau-Tassana. Ich. Das Kind ist schon eine tolle Fähigkeit, ne? Wie war das hier? Ne, wo war denn das überhaupt da? Wir stellen uns der Dunkelheit. Feedback den doch mal. Danke. Storm wäre vielleicht auch eine schöne Idee. Schön auch, dass alles inzwischen von Terrada eine höhere Reichweite hat, als von Photos. Gefällt mir echt gut. Das ist euer Beginn. Wann habe ich denn endlich mal wieder einen Storm? Wir kommen. Der kommt. Verschwung wird unser Sein. Das können wir. Mein Leben für Ajoa. Erklärt von mir. Erneut diene ich. Herr. Ohne Energiefeld funktioniert das nicht. Mein Leben für Ajoa. Der Kampf ist rum, wird unser Sein. Entaro Tassala. Erleuchtet mich. Erbiergut. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Hier haben wir noch keine Detection. Geil. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Komm doch jetzt mal. Erklärt euch. Wir stellen uns der Dunkel. Unkelheit. Entaro Tassala. Für Ajoa. Ich büge mich. In Eich. Erleuchtet mich. Upgrade durchgeführt. So die Ur. Na, Ur. Was unsere... Meine Aufklärung. Erklärt euch. All das ist unsere Gedanken. Wir stellen uns der Dunkel an. Wir sind das Licht der Kana. So diene ich. Ich vernahm. Dafür reicht die Energie nicht. Das Gefühl kenne ich. Ach, Leute. Was nimmt dich. verihución kenne ich. Ich bin nicht. Nä, wir laufen. Ah. Es ist nicht. es ist nicht. Es ist nicht. So, was haben wir denn so für mitteilungsbedürftige Gegner nach dem Spiel? So. Mein Gegner hat leider sein Keyboard zerstört, ist ärgerlich, kenne ich aber, habe ich auch schon gemacht. Durch diese Phase geht jeder Starcash zwei Spiele einmal. So, sollen wir nochmal, wir probieren das jetzt nochmal. Das ist bestimmt der gleiche Barcode nochmal, weil so viele Barcodes auf Diamant 2 Niveau gibt es ja nur nicht. So, du willst einen PVZ, Bock auf 1 gegen 1. Ja. Hab doch auch so einen PVZ. Zack. Dann wüsste ich wieder nicht, wie ich das extra ausstrahlen soll, Katze. Das ist alles ein bisschen schwierig. Deshalb lädere ich einfach nur ganz normal. Ja, aber wir machen mal Hedge first, ist doch schon schön. Kann ich ja wenigstens hier mein Opening ganz normal so spielen, wie es eigentlich sein soll. Wie genau das aussieht, fragt ihr mich? Das weiß ich noch nicht so genau. So. Dann fährst du runter, nimmst mir den Nexus. Dann gibt es zweimal das Gas, diesmal nämlich deutlich früher als vorher. Und dann brauchen wir jetzt den Cybercore. Wir sind gleich Supply Block, interessiert uns das? Ja, eigentlich schon, ne? Naja, egal. Mal schauen, wie wir das händeln. Aber da wir eh gleich viele Gebäude bauen wollen, ist das vielleicht hoffentlich nicht ganz so schlimm. Das ist aber eigentlich zu früh für diese Aussage von mir. Naja, mal schauen. Ah, da ist doch schon der Pylone. Wollen wir mal ganz kurz noch Supply Block. Das ist absolut im Rahmen. So. Direkt das Gas dafür einsetzen. Direkt Doppelgas in der Natural nehmen. Gilt nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Gilt nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich glaube, das zweite Starget brauchen wir auch gar nicht so früh, oder? Dann nehmen wir lieber jetzt hier das. Dann denkt er, wir nehmen Warpgate endlich mal. Was natürlich noch nicht der Fall ist. Wir wussten trotzdem den Phoenix. Das hier auch einmal. Dann gibt sie jetzt sofort, wenn wir es uns leisten können, das Fleet Peaken. Und dann auf jeden Fall noch ein Oracle. Uns fehlen Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Fight für den Kampf. So, Euckel. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Und neue Pilons. Ich bin dann mal guck, ob wir hier schon scoutet. Das sieht noch nicht danach aus. So. Zack. Zack. Ich glaube, ich hätte nur eins bauen sollen. Wobei, wir können uns tatsächlich früh eins leisten. Das ist gut. Wir haben tatsächlich plus eins, bevor wir... Doch, wir haben ja schon zwei Luft-Einheiten. Allerdings nur eine, die von profitieren würde. Naja. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Na gut. Wir brauchen mehr Mineralien. Gibt jetzt erst den Nächsten. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. N-A-Rodin-Rasheral. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wenn ich den da hinschicke, dann greift er das im Aufbau findliche Ding an. Das wollte ich jetzt erst mal vermeiden. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Der hat sich jetzt verdrückt. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. Dann geht's jetzt mal los. Den ersten drei Tempests. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Upgrade durchgeführt. Bei dem Mineralien Cluster gibt es nichts mehr zu holen. Ein Strom baut sich klar. Und zwei Mineralien. Die Lettische Matrix aktiv. Äh. Stopp. Unglückliches Timing hier. Ärgerlich. Jetzt gibt's die ersten, äh, Voids. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Die werden wir uns auf den Weg nach vorne machen. Was ist das denn? So. So, so, so. Echt mehr Mineralien, ne? Das Gas ist echt nicht das Problem. Damit hätte ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber guck mal, der dritte war halt jetzt, dadurch, dass sie zwischen nicht abgerissen wurde, wieder sehr, sehr spät. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Oh, 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 oh. Bestätigt. Die lydische Matrix-Glan. Oh, oh, oh. Die Wache ist unser. Oder zum Sieg. Ein Sturm braucht sich zu landen. Wir sind der Spiele der Gerechtigkeit. Das Zeitfenster ist... Jetzt haben wir das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Gasprobleme. So. Wollen wir jetzt switchen auf Carrier? Ich mach das mal. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, wir fehlen mit diesem Bild noch komplett Erfahrung. Nein, da gehen wir jetzt mal nicht drauf. Kurz umentschieden in dieser Stelle. So eine schöne Versuchung für uns. Upgrade durchgeführt. Das Zeitfenster ist. Lass uns hier. So. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. So. Jetzt bauen wir Carrier. Wir brauchen mehr Mineralien. Mineralien. Sehr enger eingetroffen. Unsere Schicksale sind vereint. Füllen wir zu uns. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu tun. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. So. Da sind die ersten hier, ne? Dinger. Wir brauchen mal ein paar mehr Worker. Und eine Hofer. Wir brauchen auch dringend mal. Denn wir bräuchten langsam aber sicher mal die Fähigkeit, hier den Creep vernünftig aufzudecken. Das ist nämlich auf Dauer sonst ein bisschen teuer. Oh, ich habe keine Möglichkeit, äh... Ne, ich warte jetzt. Kann ich jetzt ja eine ganze Armee hier wegschmeißen. Hallo. Hier fehlt uns Bespin-Gas. Hallo. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Gas. Dringend mehr Gas. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir alle So. Habe ich jetzt eine Twilight gebaut? Ich weiß es nicht so genau. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Weisung bestätigt. Und fehlen Mineralien. So. Und ich brauche schon wieder eine neue Exe. Wobei die ja gleich erst fertig ist. Aber trotzdem. Da haben wir 57. Oh. Das ist keine gute Fighting-Gruße schon hier. Geht nicht. Wir sind Upgrade durchgeführt. Halt mich mal wieder hier ein bisschen hoch. So. So. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Unsere Basis wird in die Tange genommen. Wir brauchen mehr Mineralien. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Schöner ein. Wismakern und Sie brechen durch. Dieser Wespin-Gas hier ist alle. Geysier erschöpft. Erschöpft. Geysier Erschöpft. Geysier Erschöpft. Geysier Erschöpft. Geysier Erschöpft. Geysier Erschöpft. Geysier Keiner darf entkommen auf den Schwingen der Gerechten. Verstanden. Jarazul Dutem Siravec Krayon Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Geysier Erschöpft. Geysier Erschöpft. Geysier Erschöpft. Geysier Erschöpft. Geysier Für die Ehre Verstaff Anahm Ein bisschen Supply Block Ne? Unsere Mineralien sind die Weiß erschöpft. Uns fehlen Mineralien. Ich drehe Sie war weg Krayon Ich glaube nicht dass wir hier etwas heranworten können. Hab ich jetzt einen Ne immer noch nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich bestreife die Geras Dieser Vespin Geysier ist alle Verstaff Verstaff Scharazul Du Templari Für die Irre Ich füge mich Moak Kador Auf den Schwingen der Gerechtigkeit Deine Truppen werden angegriffen Ich füge mich Verstaff Für die Ehre Upgrade Durchgeführt Ich durchstreife die Galaxis Aber rasch Auf den Schwingen der Gerechtigkeit Sie war weg Krayon Ich sehne mich Krayon 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 Das war pretty good würde ich mal sagen Die Himmel Warten Scharazul Upgrade Durchgeführt Ich füge Nicht Dafür fehlt uns Best Hab ich noch Detection hier Die Sollte aufhören Carrier zu bauen Wir haben nämlich Die sind einfach zu langsam Könnten die vielleicht auch mal hier das Gas Erfangen Ob ich jetzt gerade gar kein Gas entkann Wir brauchen mehr Mineralien Ich glaube nicht Unsere Basis wird in die Zeige gedrückt Okay Lass das mal Schon wieder so klein Aber ich bin echt beeindruckt wie gut Einfachheit was in allen Lebenslagen sind Naja Er hat ja nicht mehr volle Upgrades auf den Hydras Schwingen der Gerechtigkeit Wir sind überlegen Ich durchstreife die Galaxis Ich füge mich Schah Ich Sehne mich nach dem Kampf Dafür fehlt uns Wespinggas Das Problem ist Er kann das Er kann das halt easy wie Plänen Vielleicht einfach früher schon mal direkt fighten sollen Mir fehlt halt einfach das Gas Aber Aber Ich durchstreife die Galaxis Auf dem Anahnen Purgarn Fight für den Kampf Verstanden Ich finde mich für die Ehre Ich durchstreife die Gerechtigkeit Auf den Schwingen der Gerechtigkeit Okay Armung Hydras ohne Upgrade Skilling einfach alles Hydras Ja Übrigens kann die Verletzung von dem Keyboard von dem Typen von Vorhin nicht so schlimm sein Denn er ist im Spielen Das war schon heftig Also man sieht das ja hier Er war voll weit hinten im Supply Ähm Upgrade technisch war er auch hinten Trotzdem einfach Hydras Arm Move Okay Ich werde diesen Bild auf jeden Fall jetzt nicht mehr in naher Zukunft spielen Sah bei Rotterdam vielversprechender aus als er auf meinem Niveau zu sein scheint So Wobei er glaube ich sogar im Viewer Game demonstriert hat So PVP Das ist doch schön So Hier ist ganz schön warm Hallo So Gateway Gas und dann das nächste Gateway Schade Hallo Ich stehbleiben Dann brauchen Peilen Wir brauchen mehr Mineralien Checken wir mal einmal kurz ob er auch Double Gate hat was ich stark annehme So und dann spielen wir gleich Stalker Sentry glaube ich einfach ne Wenn dafür mein Gas ein bisschen spät war vor allem die Saturation des selbigen Ah ne sieht aber gut aus Locken wir sagen extra oder so ich glaube nicht dass wir hier etwas her anborden können so tüttet tüttet Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Der kostet jetzt nur noch 75. Warum steht das nicht da? Wie viel das kostet? What the fuck? Das kostet 75. Früher war es 100. So hat man halt einen unglaublich schnellen ersten Scout. Ich bin... Wir brauchen mehr Mineralien. So. Den hat er natürlich auch. Das gleiche gespielt wie ich. Und boah, dann Stargate. Ne, mit Twilight. Interessant. Meine Echse ist ungefähr genauso schnell wie meine. Wollen wir uns jetzt eigentlich nicht so richtig Gedanken drüber machen. Was mir aber missfällt, ist, dass er seine Einheit irgendwie... ...heb ich gar nicht gesehen gerade. Warum nicht? Weiß ich nicht so genau. So. Was ist denn da mit dir? Hallo. Warp Gates sollte eigentlich durch sein. So sieht es aus. Wir geben uns nochmal zwei Warp Gates. Und einen Immortal First. Wollen wir uns auch noch nicht so ganz leisten können. Aber... Wir brauchen den gerne. Warum ist der Railpoint hier noch falsch? Das muss korrigiert werden. Wir brauchen mehr Mineralien. Eigentlich sollte man gleich wieder eine Anzination von der zweiten Central haben, oder? Ne. Wir sind tatsächlich relativ gleich weit. Auch wenn die Chance eher gering ist, bauen wir trotzdem mal hier eine Schildpatronie hin. So. Ein Observer. Und dann könnten wir eigentlich gleich uns in Richtung Dritter bewegen. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich unser Plan? Ich denke, wir holen uns mal eine Twilight. Jetzt kommen wir hier geht's. Twilight. Ohne Chrono Boost. Upgrade. Kein Gas in der Natural? Ah, der dritte Früh, oder was? Ja, auch nicht. Merkwürdig. Achso, ich hab ja auch noch kein Gas. Okay, dann war das doch nicht so merkwürdig. Ich dachte, ich hätte schon Gas. Dann scheint das also ziemlich normal gewesen zu sein, was er da gerade gemacht hat. Hab ich Palins gebaut? Ja. Hab ich... ... ... ... ... ... Das Gas. Da rein. Und Scouten fliegen. Ob er mal eine dritte pusht, oder nicht? Jetzt beginnermaßen gar nicht so geil. Da ich noch kein Silly-Church hab. Steht nicht hier. Ich brauche keine Echse. Ungeil. Dafür brauchen wir mehr Füllung. Ja, ungeil. Wir müssen mehr sein Leben führen. Wir brauchen mehr Mineralien. Hab ich nicht mehr Gates gebaut? Shit. Das ist schlecht. Nicht gut. Arken. Wir brauchen dich, Arken. Arken, hoch da. Jetzt stört mich dieser scheiß Arken hier, oder was? Mein Leben für Arjur. Was macht ihr da? Mann, du blöder Arken. Stalker, könnt ihr da bitte hochlaufen? Großer. Jetzt ist er natürlich weg. Schön. Unsere Basis wird in die Zeige genommen. Mein Leben für Arjur. Frage ist, wo ist der Rest, ne? Nicht bekommen. Nice. So, wir haben keine Robo mehr. Aber wir sollten eine wesentlich stärkere Armee haben. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wasser. 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 Ja. Bei dem Mineralien Cluster gibt es nichts mehr zu holen. Der Mineralien Cluster gibt nichts mehr her. Wo ist die Robo? Da. Immer noch nicht fertig. Wir sind eins in die Schatten. Ich weiß nicht, dass es so schlau ist, zu pushen. Falls er eins null hat. Das war ganz nett. Zugegeben, sehr lucky. Äh, ne. So, bitte. Aber nehme ich auch. So. Warum Shield-Batterie für Oracle? Wenn ein Oracle angreift und du eine Shield-Batterie hast, kann das Oracle erstmal nichts killen. Nur wenn es zwei sind. Oh, zwei ist ganz schön lang. Aber gut. Meine hat das angesagt. Ein Oracle macht nicht genug Schaden, als dass eine Shield-Batterie nicht gegenheilen kann. Erst bei zwei Oracles, wenn die fokussen, kann quasi eine Shield-Batterie ausgestanden werden. Und dann hast du eben die Zeit, dich dahin zu positionieren. So. Tja, jetzt müssen wir leider warten. Wie langst du dich denn überhaupt schon? Zweieinhalb Stunden gleich. Wollen wir gleich wahrscheinlich schon mal beenden, weil ich muss eigentlich weiter lernen. So. Was gibt es denn hier Spannendes? Kicker-Eilmeldung. Naldo vor sofortigen Absprung. Kommt er zurück zu Bremen? Das wäre doch schön. Ach, schade. Zu Asma und Naku. Tja. Gut. Kann er hingehen. Habe ich kein Problem mit. Ist aber jetzt auch nicht so spannend. Viel spannender wäre es doch, ob das Spiel jetzt hier gleich vernünftig weitergeht. Und das scheint bestätigt zu sein. So. Wir können schon kriegen, wir bräuchten mehr zwei Pylonen. Oh, ich habe schon eine Pforge. Habe ich zwei Pforges? Ne. Ohne zusätzliche Pylonen wird das nichts. Wir müssen mehr Pylonen bauen. Nehmen wir unsere eigenen Rocks hier raus. Und starten mal ein Runway. Geil. Geil. Hallo. Oh. 2-0 hat er schon. Dann sollten wir gerade nicht pushen. 2-0 ist nicht zu spaßen. Ohne zusätzliche Pylonen. Das ist Supply Block, das ist auch nicht zu spaßen. Wir sollten eigentlich eher auf S.H.I.E.L.D. Power gehen. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauen können. Ohne Energie. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Oh, jetzt kommen die Akten ziemlich durch. Hallo. Hallo. Wie steht mein Erfnis? Wer weiß von dieser Race? Das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Zugegebenermaßen. Natürlich kommt er auch wieder genau nachdem ich geworbt habe, ne? Äh, die Lichter stehen, bitte. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Wie ihr verlangt, Entaro Tassadar. Der Kampfes Ruhm wird unser sein. Ula Sadari für Artadis. Mein Leben für Ajur. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr. Aufgrades durchgeführt. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Der Mineraliencluster geht nichts mehr her. Offensichtlich. Wo sind... Habe ich keine Observer? Doch, wo sind die? Hallo, Observer. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Okay. So. Wird halt auch gerne mal wieder was warpen können. Es kann ja nicht sein, dass ich immer zu den Zeiten, wo er hier warpt. Supply blockt bin. Mein Gott. Das ist ja, dass er selber... Was wollte ich jetzt sagen? Keine weiteren Upgrades genommen hatte, nachdem er ja am Anfang echt viele Upgrades hatte. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Wir müssen jetzt eigentlich mal... Und dann machen wir uns mal auf den Weg nach vorne. Warten natürlich noch eben auf das Upgrade jeweils. Das ist mir jetzt so unsicher, so rumzulaufen. Gut, dann nehmen wir die eben auseinander. Das sind ja mal ein paar Schiebretteries. Auf hätte ich mal gerade warten sollen. Wir sind am Versorgungslimit. Ein Leben für Ajo. Was macht ihr hier? Hört auf damit! Oh, Herr Disruptor. Das gefällt mir jetzt nicht so richtig. Ich glaube, ich habe so eine Detection getötet. Wir haben es auf unsere Sonden abgesehen. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranworten können. Ein Recht der Karte. Das ist krass. Und wir in Mineralien. Ein Leben für Ajo. Wir haben es auf unsere Sonden abgesehen. Wir haben es auf unsere Sonden abgesehen. Wir haben es auf unsere Sonden abgesehen. Die Sopter waren leider sehr gut. Ich habe parallel halt auch noch Workout-Damage gemacht, sodass ich nicht wirklich was nachwarpfen kann. Auf damit. Ich habe keine Detection, glaube ich. Das ist ganz schlecht. Höre das! Hätte er das mal getötet. Ups, ich habe nur eins geschrieben. Das war nicht meine Absicht. So. Das hätte ich gewinnen können. Wie sieht das hier? Ich war deutlich vorne mit der Armee. Aber er hatte halt das Raptor und das habe ich, glaube ich, erst dann gesehen, als schon ziemlich viel von mir explodiert war. Ärgerlich. Ah, hast du mich ausgewählt? Finde ich schade. So. Die Mortals waren auch gut. Ich glaube, das war der entscheidende Faktor vor allen Dingen, oder? Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Denn meine Arktis kamen alle gar nicht ran und seine Emus haben aus dem Hintergrund die ganze Zeit geschießt. Wir brauchen mehr Mineralien. Das Raptor one-hitten, oder? Nicht unbedingt. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Also Arktis one-hitten die zum Beispiel nicht. Aber sie nehmen halt viele Schilder weg. Zellets one-hitten sie. Zumal ja, wenn mich nicht alles täuscht, das als Fähigkeit zählen dürfte. Gibt sie nur, weil der Disruptor und Fähigkeiten ignorieren ja generell Panzerung. Deshalb ist Storm ja auch zum Beispiel immer gleichmächtig im Spiel. Egal, welche Upgrades der Gegner hat. So. Was war mein Gegner? Daran. Darbel Wrecks. Okay. Interessant. Interessiert mich das? Bin ich jetzt tatsächlich am überlegen, dass mich zu einer Änderung meines Bildes forst? Warte mal, eine dritte irgendwo? So, weil ich es kann. Geht recht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So, ich kommitte den tatsächlich. Weil ich brauche eh gleich einen Pylon. Und er wird am Anfang eh einen Reaper bauen. Und das denite halt seinen Tag Lab oder so. Oder Reaktor, je nachdem, was er da dran bauen wollte. Dann bleibt mit seinem Reaper sogar hinten. Und der hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Ach. Weiter gebaut Marine, okay. Ups. Was war das denn? So. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Gut. Sollen wir trotzdem ne... Ja, wir nehmen trotzdem ne Robo gleich. Wir brauchen aber auf jeden Fall hier gleich Shield-Batteries. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Ich bin... Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier in die Schatten. Sehr weise. Ja, gut. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Und dann müssen wir jetzt gleich einmal auf jeden Fall... Wir brauchen mehr Mineralien. Shield-Batteries bauen. Geht nicht. Dafür brauchen... Zwei Stück auch wieder. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich bin hier. Ich bin Schatten. Uns fehlen Mineralien. So. Warp geht jetzt gleich durch. Korschung abgeschlossen. Ich würde halt jetzt normalerweise gegen Widow-Mine swarpen. Das ist auf jeden Fall auch noch defensiv hier. Hier sieht alles normal aus. Widow-Mine-Drop kann noch kommen. Allerdings erst relativ spät. Denn wir haben gerade gesehen, dass der Star-Pod gerade erst fertiggestellt war. Geht mein Train. Können wir uns hier gerade auch noch einen leichten Moment Zeit lassen. Ich wusste, dass der so rausgeht. Aber er hat sich glücklicherweise nicht eingebaut. Dafür reicht dir. So. Hätte ich schon nicht mit gerechnet. Was machst du hier? So. Gött. Und noch einen. Pfeilern. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Zack. So. Ja, er hat einen Reven gebaut. Finde ich gedacht, das wäre mein Phoenix gewesen. Was ist denn dieser neue Raven-Trend? Fällt mir nicht. Wir müssen fast echt auf High Templar gehen am Anfang. Weil gegen Kolosse ist das echt eine ganz geile Geschichte. Ich will es gestimmt dafür, dass das denn so sinnvoll ist. Wir müssen auf jeden Fall erst stimmen. Uns fehlt Energie. So. Peilen. Peilen. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas herrenbomben. Hä? Warum bist du stehen geblieben? Tu mir das doch nicht an. Du kannst doch nicht einfach stehen bleiben. Ich brauche dich doch. Ja, sie sind gleich da. Dafür reicht die Energie nicht. Wo ist denn meine Twilight? Hier. Das Problem ist, ich kann mich jetzt hier eigentlich nicht rausmoven. Weil er eben... Okay, da kommt er. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Jetzt glaube ich ganz gerne meine dritte Snipe. Aber ich habe gar keine. Aber ich brauche jetzt langsam mal eine. Reaper? Ich habe den ersten schon getötet. Okay, jetzt Switch von Kolossen weg. Wir brauchen mehr Mineralien. Dafür reicht die Energie nicht. Neu, hallo. Vielen Dank für den Follow. Und bei den Mineralien-Clustern, dafür reicht die Energie nicht. Ohne Energiefeldfunktion. So, da müsst ihr jetzt gleich pushen können, wenn wir Storm haben. Und auch ein paar High Templer, die Storm können. Wir brauchen mehr Mineralien-Clustern. Wir brauchen mehr Mineralien-Clustern. Und Snipe-Charge, natürlich. Das geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So, wenn es schon ist, ist durchs, dann ist gleich nicht ganz durch. Nein, Krono ist sehr gut. Wir brauchen Mineralien-Clustern. Wir brauchen mehr Mineralien. Mein Leben für ein Gehtnicht. Hallo, Kassar, die Templer. Damit die Forschung abgeschlossen. Erklärt euch. Das können wir nur, uns wählen Mineralien. Geil, hallo. Schön, nachdem ich hier meinen Eingriff gestartet habe. Warum steht er denn da? Ist hier gar keine Base. Ist hier gar keine Base. Tassadar, Ulak, Natal. Ihre leitet uns. Erleuchtet mich. Erklärt. Mein Leben für Ajor. Zu dir stellen uns der Dunkelheit. Walgar. Der Kampfverspunen wird unerwartet. Stamm. Bei dem Mineralien-Cluster gibt es nichts mehr zu holen. Ein Mineralien-Cluster ist erschöpft. Hallo, tötet mal das Depot. Tötet mal das Depot. So, und Rage-Cut. Und bitte leiten sie den Rage-Cut ein. Dropping while I was on the name. Ich glaube, wenn er seine gesamte Armee hinten gehabt hätte. Ja, also wir sehen, dass er war deutlich vorne in Workern. Und ich glaube, mit seiner gesamten Armee. Ja, Position war halt auch nicht so geil. Sein Tank stand sehr weit hinten, während ich von der Seite angegriffen habe. Also ich denke, wenn er eine bessere Position und alle seine Einheiten gehabt hätte, hätte er das schaffen können. Ja, sehr gut. Sehr gut. So. Das ist sehr unzufriedenstellend hier. Wie wenig MMR wir hier haben. 1438. Naja, naja, naja. Nun gut. So. Hi Toasty. Ich denke, einen Sieg würde ich gerne noch haben. Und dann werde ich den Stream auch schon wieder beenden. So. Und dann schauen wir mal, was die nächste Partie für uns bringt. Solid Duke. Ein Zehack. Werde ich mal jetzt einen anderen Ansatz in diesem PvZ wählen als in den bisherigen Games. So. Like a fun. Werde aber trotzdem hier vorne die Echse direkt nehmen. Also auch die Wall vorne setzen. So. Ich glaube, ich muss die Commands auch mal überarbeiten, ne? Aber Schritt bei Schritt. Schritt bei Schritt ist ein... Entweder Step by Step oder Schritt für Schritt. Aber Step by... Äh, Schritt... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ist falsch. So. Was soll's? HBM-SWAM. Wir haben Klopter. Und dann eben hier gleich drüber. Dafür brauchen wir mehr... Ach so. Dann werden wir uns eigentlich erst einen Gateway nehmen. Noch gar nicht die Echse. Dann kommt erst ein bisschen später. Aber wenn wir Nexus First spielen, dann sind wir gegen den Early Pool so blöd aufgestellt. Nein. Boah, hey! Hört auf, unsere Sonden anzugreifen! Hm. Ja, kennst du mir. Kann er ruhig nehmen die Echse dort. Wir haben sie lang genug geläht. Und was ein bisschen schlecht war, war, dass wir nicht geguckt haben, ob er... Wir brauchen mehr Mineralien. Äh, Linge auf dem Weg hat schon. Weil das könnte durchaus sein. Geht recht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Also ein Pool. Das wissen wir jetzt leider nicht. Aber wird schon schief gehen. Gott, wie soll ich denn diese Wall wieder dicht kriegen? Es ist zum Verzweifeln mit diesen Walls. Wir brauchen uns ein Zealot. Zweites Gas. Ohne zusätzliche Klonen wird das nichts. Wirkrono muss tatsächlich mal den Zealot, um gleich den Adepten haben zu können. Wir haben kein Leben für Arjur. Dafür fehlt uns Bespin-Gas. So. Drei ins Gas. Überhaupt geht. Und nochmal Dabdi. So. Das geht dann nach dort. Hier brauchen wir mit Pfeilern hin. Klonen wusten hier nochmal. Und gönnen uns trotzdem ein Stargate, glaube ich. So. Ist die Queen. So soll es geschehen. Hat aber frühe Doppel-Echse genommen. Aber wir können einmal alles scouten. Das ist doch ganz nett. Was kommt da an? Was kommt da an? Ein wenig, ne? Ja. Ja, Exekutor. Ja, Exekutor. Möge euch der Tod schnell ereilen. So. Oh nein. Die doch. Was solltest du eigentlich gar nicht committen? Naja, egal. Hat er halt committet. Schlimmeres. Nögerlich ist es, dass ich ja mit dem Oracle gleich gar nichts anfangen kann, vor lauter Spurs, die er gebaut hat. So. Einmal wird alles fertig. Das ist doch schön. Nein, nicht im Followern. So. Teleportation erfolgreich. So. Der Link ist klar. Es ist vorherbestimmt. Zack. Das war doch schön. Oh, gut. Fertig. Soll ich nicht noch neue Gates gewahrt? Hallo. Achso, ich kann ja nur das brauchen. So. Komm. Geh doch jetzt dahin. Das war okay. Hätte schlimmer kommen können. Ich kann jetzt leider immer noch nur so Zellets bauen. Gott. Das ist scheiße. Hört auf, unsere Sonnen anzugreifen. Hätte eine Fullwall machen wollen. Hallo. Könnt ihr den jetzt vielleicht mal töten? Hallo. Das war dann wieder nicht so gut. Und wenn das am Anfang noch okay war für uns, war es jetzt dann ziemlich schlecht für uns. Die zweite Wälder hat uns quasi getötet. So. Kommen wir hier irgendwie noch raus? Nein, jetzt sitzt natürlich die Fullwall. Schade eigentlich. So. Wir haben keine Robo, ne? Ne. Ist das Oracle noch da? Ja, wenn jetzt ist das, ist das noch da. Wir brauchen mehr Mineralien. Das war jetzt immer natürlich mit Arkansas in. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Kassar an die Mäler. Kassar an die Templar. Ich verstehe. Ah, Könnswert. Doch fertig. Wir brauchen euch. Ich habe noch mal viele Linke gebaut und einige davon verloren. Uns fehlen Mineralien. Das ist endlich mal das Warprism fertig. Also es ist eigentlich keine große Chance, dass wir noch gewinnen. Aber wenn, dann gewinnen wir jetzt. Also zunehmender Zeit wird es immer, immer schlimmer für uns. Wo bleibt denn dieses blöde Warprism langsam mal? Komm, klapp. Ach Quatsch, wir verlieren jetzt eh alles. Die Chance, dass wir noch mehr Pylonen brauchen, ist relativ gering. Komm, klapp. Ja, GG. Schade. Die zweite Welle hätte ich clearen müssen. Dann wäre es easy gewesen. Hätte eigentlich genug Armee. Aber er ist ja leider durchgebrochen. Und wir sehen ja, ich war in den Workern deutlich vorne. Wenn ich wenigstens eine Robo gehabt hätte, dann hätte ich nicht früher all innen können. Und ich glaube, ein paar Sekunden mehr wäre noch besser gewesen. Angriffswinkel war auch nicht so geil. Mehrere Sachen, die sich da wieder nicht gut ausgewirkt haben. In der Addition. Jetzt haben wir die Sachen immer noch nicht aktiviert hier. Wobei wir ja eh nur Protoss spielen. Viel Spaß, Lexa. Wobei du das vermutlich schon nicht mehr hörst. So. Lashy, ein Terraner. Ja, so gerade noch, Random God. Der nächste Sieg und der Stream ist vorbei. Geht auch schon drei Stunden. Ziemlich genau. So, what about the Terraner? Aber an dieser Stelle kann ich das nochmal gerne sagen. Immer wenn man wissen will, wann ich denn live gehe. Gut, es wird in Zukunft vermutlich wieder einen regelmäßigen Plan geben. Aber so lange Klausurenphase ist eben nicht. Da gibt es nur spontane Streams. Und die werde ich immer auf YouTube und auf dem Discord ankündigen. Und wenn ihr hier diesem Twitch-Kanal folgt, solltet ihr eigentlich, wenn ihr die entsprechenden Einstellungen getätigt habt, sogar eine E-Mail von Twitch bekommen. Also gibt es genug Möglichkeiten, das mitzubekommen. So. Kann ich nur empfehlen. Weil es kann immer mal sein, dass ich noch zwischendurch den Stream raushaue. Wie gesagt, im Januar längst noch in keiner Regelmäßigkeit. So. Was sehen wir denn hier? Keine Hexe. Überrascht uns jetzt nicht, denn unser Gegner ist der Terraner. Na. Okay. Ein Gas. Alles gut soweit. Alles gut soweit. Zack. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbohren können. Zurück. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Abonnement. Wieder aufwärmung. Wir stehen nicht. Vielen Dank. Mein Gott. Was erst elf Monate, geht ja gar nicht. Naja, wie hat ihr denn eigentlich das Weihnachts-V-Punkt-Ideo-GEF? Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ypsilon. 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 Wir müssen mal ganz kurz nach unten. Wir müssen. Sorry, mein Gott. Ich muss gerade den Bunker abwehren. Das gibt's doch nicht. Wat'n scheiß RNG hier. Hallo, Stalker. Hier jetzt an der Zeit, hier mal einzugreifen. Danke. Dass wir drüber gesprochen haben. Nein, warum hast du denn nicht mehr geschossen? Ja, Video hat mir gut gefallen, RandomGod. Habe ich ja auch im Discord geschrieben zu Weihnachten. Vielen Dank dafür und alle, die daran mitgewirkt haben. So. Und vielen Dank natürlich auch, dass du hier geresubbt hast. Vielen Dank dafür. So. So. Brauchen wir nicht mehr. Okay. So. Weiter geht's. Drei Stalker. Stiefens hier. Ja, sind doch im Bau, hoffe ich. Ja, einmal zumindest. Dafür brauchen wir mehr Pylonen. Wir müssen mehr Pylonen bauen. So. Ihr seid eins. Zack. Und. Ja, Skalieren nehmen. Immortal. Ich glaube, wir machen mal einfach Double-Robo. Für die Dinger gleich. Warum ist hier keine Armee? Oder anders gefragt, wo ist die Armee? Geht nicht. Ich will dir die Armee. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Erneut diene ich. Dort sind Cyclones. Interesting. Hallo. Einheiten. Könnt ihr vielleicht mal dazukommen? Danke. That's interesting. Ich gehe nur ein. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Die Supply wird das 6. Reicht genau. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Dafür fehlt uns Bespin-Gas. Ich schicke mal einen Verteidigungs-Immortal mit hierzu. Natürlich mehr dafür, um gleich... Ne? Und so. So, keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Um gegen die Cyclones mehr Schaden anzukönnen. Ich schicke mal gerade noch wieder. Ein bisschen Gas. In mich, in mich, in mich, in mich, in mich. Ich bin das Herz der Witzerns. Ich habe mir das ganze... Die haben es auf unsere Sonden abgesehen. So. Geiler Supply-Block, Leute. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauten können. Uns fehlen Mineralien. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Und go, 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 go. Uns fehlen gibt nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Dafür reicht die Energie nicht. Unsere Truppen werden in die Mangel genommen. Fertig. Forschung abgeschlossen. Geht nicht. Klingt mir halt noch ganz geil, aber habe ich nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. So. Auch die anderen Gates hier wären ganz geil. Uns fehlt Energie. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Denn ohnehin wird das schwer zu pushen. Komm, werdet doch jetzt mal fertig, Gates. Gates. Ich warte, desto schlechter ist das für mich. Geil, Gates. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Dafür brauchen wir... Ich bin hier. Der Mineralien-Cluster gibt nichts mehr her. Hier sind wir nicht so viel. Clips. Okay. Die Mineralien-Cluster gibt es nichts mehr zu holen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Tötet ihn! Gut, dass das Wind jetzt noch durchgekommen ist. Wenn wir überhaupt nicht durchgekommen wären, hätten wir ein großes Problem gehabt. Wenn es wie ihr wünscht, wie ihr wartet, wie ihr wartet, wie ihr wartet, wie ihr wartet. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich bin hier in die Schande. Von der Rien sehen schon geil aus, ne? Hilft mir halt nur nicht so viel hier zu töten. Kannst du den mal töten? Geht nicht. Wir haben hier Immortals gebaut. Kommt doch, Immortals Jetzt tötet das doch mal Mein Gott Jetzt lad den Warum lädt er den denn nicht ein? Was ist das denn? Was war das? Warum hat er den nicht eingeladen? Was war das denn? Ey, sorry, aber Mehr als das anklicken kann ich ja nun nicht What the fuck? Ein Mineraliencluster ist erschöpft Was war das? Hallo? Geht nicht, dafür brauchen wir mehr Mineralien Ich bin hier Geht nicht, dafür brauchen wir mehr Mineralien Ja, das wollte ich wohl los Ich bin hier Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren Das habe ich ja jetzt nun echt nicht verstanden Es war völlig random Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu tun Warum hat er das nicht gemacht? Hat halt alles wesentlich einfacher gestaltet Natürlich ist das schon der dritte Nein Wir brauchen mehr Mineralien Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Nein Mein Gott Also Manchmal ist dieses Spiel ja wohl Also Was war denn da los? Also ich meine Allein das ist ja schon eine Riesenfrechheit Dass er das trotzdem hier Das gemacht hat Aber Vor allen Dingen Weil er in allem hinten war Was hat denn der gemacht? Warum war der in Workern so weit hinten? Also Dass er hier in Workern hinten war War mir klar Aber warum war der da so weit hinten? Also Das war ja mal Sehr merkwürdig Nun gut Ich würde sagen Damit werde ich jetzt den Stream beenden So geil lief es jetzt nicht Aber ich denke Ich werde in den nächsten Tagen Nochmal irgendwann online kommen Dann hatten wir heute 1 2 3 4 5 6 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Naja Oh da oben war noch was Wann nochmal 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 Naja War ja gar nicht so schlecht Wie ich erwartet hätte Gut Ich würde sagen Ich hoffe Ihr habt Schöne nächsten Tage Wann auch immer Dann der nächste Stream kommt Weiß ich nicht Und Dann würde ich sagen Was ist die heutige Folge Für die Die das in der Aufnahme schauen Und für die im Livestream Sag ich so Tschüss Tschüss Und für die